Das ist das Fragen-Lotto. Ah ja. Die roten sind gemeine Fragen, die grünen harmlose. Du darfst ziehen, wie viel du willst, welche du willst. Du greifst ja zielsicher zu den roten. Ja, na klar, will ich mal gucken, was gemein bedeutet. Kann ich die einfach so aufreißen? Einfach so aufreißen, an jedem Ende abdrehen. Das kannst du auf den Boden schmeißen, das räumen wir nachher zusammen. Und wir haben uns echt Gedanken gemacht, wie wir dich ärgern können. Ich hoffe, es klingt ein wenig. Oh, wie lange dauert das denn? Jedes Album wird bei dir anders als das zuvor. Stellst du deine Fans damit nicht auf eine harte Probe? Ja, na klar, logisch. Also, aber wie langweilig, ne? Also, das kann man irgendwie machen, wenn man jetzt so Gruyère gerne mag. Dann gehe ich irgendwie in den Bioladen. Wer ist Gruyère? Gruyère ist so ein Käse oder so. Ich wollte jetzt einfach nur mal so. Okay, ja gut. Also, wenn ich jetzt so Gruyère gerne mag, dann gehe ich eben in meinen Bioladen und kann mir da immer so dasselbe kaufen. Und ich weiß auch wirklich dann immer, wie der schmeckt und so. Und dir nicht? Doch, ich mag das auch. Also, ich finde das auch toll. Also, weil ich finde, das ist auch ein guter Käse sogar, ne? Ja, aber bei dir weiß man nicht, dass da immer Gruyère oder Bosse drin ist. Ist doch super, oder? Also, da kann man... Überraschungstüte. Ja, so ein Stück weit. Also, man hat ja heutzutage schon die Möglichkeit vorher auch mal so reinzuhören und so, ne? Aber, ähm... Ja, ich will eben nicht so dieser... Ich hab eben keinen Bock so... So ein Voraus... Also, darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, dass es mich erstmal kickt. Ja, okay. Wenn es mich nicht kickt, denk ich immer, dann kannst du die Leute auch nicht kicken. Also, die haben auch nicht so viel mit mir zu tun. Die kaufen sich dann ein Album oder kommen auf ein, zwei Konzerte, sehen's vielleicht nochmal im Sommer auf dem Festival. Dann bin ich erstmal wieder weg, ne? Aber, ähm... Es gibt ja auch andere, die das wirklich die ganze Zeit hören. Und ich... Ich denk dann manchmal irgendwie... Das geht jetzt gar nicht an so Bands, die sich wiederholen oder die so denselben Sound fahren oder so. Aber ich... Für mich ist... Muss es irgendeine Grundveränderung geben, damit ich selber gekickt bin. Und dann hab ich auch das Gefühl, dass ich damit auch wieder Leute kicken kann, weil es mich selber begeistert, so, ne? Und... Ja, und ich will irgendwie nicht der alte Gruyere in der Käsetheke sein, den man sich immer wieder kauft und immer wieder weiß, ach, das ist doch der Gruyere. Weil dafür gibt es genug rote Fäden bei mir. Also meine Texte und meine Stimme und auch das Songwriting ist ja irgendwie... Das sind immer Popsongs oder Singer-Songwriter-Songs und... Da gibt es genug rote Fäden, die sich sogar durch alle Alben durchziehen. Darf ich übrigens, ich hab in der Ankündigung gesagt, Deutschrock, ist es auch Deutschrock oder ist es Singer-Songwriter oder ist das... Willst du da gar nicht in so ne Schublade passen oder in alle oder... Ja, also das ist mir sogar eigentlich auch egal. Ich glaub, das ist Popmusik, die aber bestimmt... Ich glaub, wenn ich Popmusik gesagt hätte, wär ich geköpft worden. Ist es so? Glaube ich schon. Ich glaub, das empfiehlt keiner bei dir als Popmusik. Aber ich darf das sagen. Also ich weiß nicht, was es ist. Also es ist bestimmt hier und da auf jeden Fall wirklich filigraner und schlauer gemacht als ne Deutschrock-Platte. Also Guten Morgen Spinner war, glaub ich, ne Rockplatte. Mein zweites Album. Wobei es da auch Momente gibt, die nicht so rockig sind. Wobei ich auch bei dem Album, wenn ich mir das live anhöre, vorstellen kann, dass es ziemlich rockig wird. Ja, es wird offenbar total tanzbar. Also wir proben es ja gerade. Und es ist schon so, dass hier und da auch die E-Gitarre eine wichtige Rolle spielt als auf dem Album. Aber es ist trotzdem schon kein Deutschrock. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Popmusik. Okay. Aber boah, da bist du der einzige Musiker, der sich gerne mit Popmusiker betiteln lässt. Ja, aber die Beatles sind doch Popmusik. Es ist doch alles Popmusik. Es sind doch alles Songs. Beatmusik, die Beatles. Ja, okay, aber... Ja klar. Ist das, was daraus kam? Aber ich sag mal gerade, ein Künstler in Anführungszeichen, der möchte ja eigentlich keine Popmusik machen. Weil das ist ja popular. Populärmusik. Aber ich fand die Frage jetzt überhaupt nicht böse oder so. Habe ich sie gut beantwortet? Ja, du hast sie super beantwortet. Oder bin ich abgedriftet? Nein, nein, ganz wunderbar. Der Courier war eine... Ja, die Antwort... Ja, ich weiß nicht. Ich erkläre immer so gerne mit so... Mit Käse. Dass ich es auch nochmal verstehe. Also, aber ähm... Ja. Das Wiederholen, ey. Also, ich glaube, ich würde mich echt selber langweilen. Naja. Für mich sind... Entschuldigung. Für mich ist... Jetzt werde ich auch gefiert, halt geköpft und geteert und gefedert. Für mich ist so ein Beispiel Dire Straits. Da habe ich mich immer gefragt. Ich weiß, das ist jetzt total gemein. Warum soll man sich ein neues Ballbum kaufen? Das ist doch immer... Und... Es ist immer genau die gleiche Stimme. Immer genau die gleiche Stimme. Und ich persönlich, ganz persönlich, kann die Songs kaum unterscheiden. Kennen die Leute, die das gucken, hier Dire Straits? Wahrscheinlich nicht. Aber Leute... Da wirst du auch nicht... Kauft euch die Alben von den Dire Straits. Ja. Das ist super Musik, aber eigentlich hört sich jede Salon gleich an. Weil jetzt mein... Äh... Hätte ich jetzt gesehen. Ja, aber... Ist das gemein? Ja, müssen sie sich jetzt nicht kaufen, oder? Nein, kauft's euch nicht. Kauft euch... Kauft euch die neue Arcade-Feier oder so. Oder hier, äh... Bosse, natürlich. Achso, ja. Könnt ihr auch machen. Die ist super. Kostet nicht viel. Familienvater und Musiker, passt das eigentlich zusammen? Ähm... Ja, das passt gut zusammen. Im Schnitt, glaube ich... Ja, aber jetzt bist du auf der Tour. Was sagt deine Frau und deine Tochter, ist es, dazu? Ja, die sagen... Natürlich vermissen die mich auf eine gewisse Weise, aber die sind auch schon routiniert. Ja. Und die wissen, die freuen sich vor allen Dingen, weil die wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel übermorgen nach Hause komme, da bin ich wirklich Donnerstag, Freitag, Samstag und auch Sonntag, okay, da fahre ich dann kurz nochmal weg. Aber diese drei Tage bin ich auch komplett zu Hause und bin wirklich da. So andere Familienväter, so in meinem Umfeld, da wo ich wohne, die gehen morgens um 8 Uhr ins Büro. Manchmal sogar früher, weil sie echt Druck auf dem Kessel haben. Und dann kommen sie abends um 10 Uhr wieder. Äh, ja. Und ich glaube, so im Schnitt sehe ich meine Tochter wirklich mehr als ein normal arbeitender Mensch. Das glaube ich. Und auch intensiver, ähm, weil ich wirklich manchmal ganz lange Phasen habe, wo ich nur zu Hause bin. und ich auch meine Arbeit danach ausrichte, die beiden so oft es geht zu sehen. Schwierig wird es dann eben manchmal wirklich, wenn man dann mal einen Monat weg ist oder so. Aber das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gut hingekriegt. So mein Schnitt ist immer höchstens vier Tage und dann möchte ich auch nochmal nach Hause. Okay. Gut. Sehr gut. Sehr löblich. Kannst du auch mal eine grüne beantworten? Ja, aber... Ja gut, kannst du auch. Nur rote. Das sind auch schwierig, die grünen. Auch schwierig, ne? Ja, natürlich so Lobhudelein, das sagen wir mal so. Ach Gott, nein. Das kann ich jetzt auch noch nicht bejahen oder was. Ich bin nicht der Beste, so und so. Ja, genau. Das stimmt. Das ist eigentlich schwieriger, sich zu rechtfertigen. Worüber der Beste, der Tollste. Du fliegst oft in die Türkei und bist mal nach Spanien gezogen, um deine Karriere zu überdenken. Flüchtest du vor Problemen? Nein. Pass auf, in Weit, Weit Weg geht es ja auch so ein bisschen darum, Distanz zu gewinnen und... Ja, aber das... Also eine Distanz zu gewinnen wie in Weit Weg ist was anderes als eine Flucht. Das ist eine Flucht für fünf Minuten oder so, ne? Wo wir vorhin bei Yoga waren, ist es nicht ganz so esoterisch gemeint wie Yoga. Nur in dem Song geht es mir eigentlich eher darum, gar nicht jetzt nach Tokio. Ja. Da ist das Video gedreht worden, ne? Video gedreht worden, ja. Deswegen lag das so auf der Hand. Da habe ich am Ende gesagt, ja, ja, es geht ja eigentlich nicht darum. Deswegen darf es auch Tokio sein. Aber... Oder nach, weiß ich nicht, Barcelona zu fliehen und sich dazu verschanzen, weil man irgendwie nicht mehr klarkommt. Sondern in dem Song geht es darum, dass man seine Augen schließt und sich kurz nochmal sammelt, damit man alles das, was gerade um einen rum passiert, irgendwie klarer sehen kann, besser verarbeiten kann. Da geht es eher so um Streit haben, um Burnout-Syndrome, um Druck oder um enge Räume oder so, ne? Oder um Deutsche Bahn bei 60 Grad. Aber du bist ja mal weg. Du bist ja mal nach Spanien, um zu überdenken. Ich bin weg. War das eine Flucht oder war das keine? Naja, also das stand auch wieder in so einer Bio, ne? Die Bios sind ja auch immer ganz schlau gemacht. Also das fällt mir jetzt auch dann immer so auf. In deinen Bios steht nicht viel drin, wenn ich das mal so sagen darf. Ne, das ist doch auch schön. Es gibt dir auch so viel zu sagen, ne? Man muss auch immer aufpassen. Weil wenn ich jetzt hinschreibe, mag den Fußballverein Eintracht Braunschweig gerne, dann muss ich die ganze Zeit wieder über Fußball reden oder so, ne? Aber, ähm... Du kannst ja 20 Dinge rein, du machst Eintracht Braunschweig, bist ein Eishockey-Fan, guckst immer Ski laufen und keine Ahnung was. Ja. Und am liebsten stehst du morgens um 13 Uhr auf oder keine Ahnung was da noch alles drin stehen kann. Na, ich bin nach Spanien nicht geflüchtet, sondern ich bin da hingefahren, ähm... Weil ich einfach Bock drauf hatte. Also das war ja so... Eben Spanien, ne? Valencia, Ibiza, Ibiza. Valencia, zack, zack, heben meine Fehler hin und her. Hier mal so ein bisschen hab ich ein paar Pools geputzt. Hab ich da ein paar Freunde besucht und so. Und, ähm... Dass ich irgendwie dahin wollte, war sowieso mal schon klar. Dass es perfekt gepasst hat, weil sich grad mal ne Band aufgelöst hat und ich mal Zeit und noch ein bisschen Cola hatte. Ähm... und ich das so stemmen konnte. Das hat ganz gut gepasst. Aber da hat man natürlich dann die Möglichkeit, ähm... Das sind die Grünen. Ja, das sind die Guten, ne? War das jetzt grad ne Grüne? Ne, ne, war keine Grüne. Ähm... Aber eben mal, äh... Um Block laufen. Um Block laufen ist immer gut. Grad wenn man ne... Oder ein neues Wartesaal... Ist in sich total stimmig. Wie hast du das hinbekommen? Ja, ähm... Ich glaub, das ist immer so ne Mischung aus, ähm... Aus dem Lied, was man so zuhause geschrieben hat. Und aus dem Text. Und jetzt kommt aber der springende Punkt, ähm... Das liegt auch ganz zu einem Typ, mit dem ich zusammenarbeite, ne? Und an den Mitmusikern, die dann später dazugekommen sind. Zum Beispiel... Peter Licht, Polark heißt 18. Genau, ich wollt grad sagen. Der Polark heißt 18. Der Polark heißt 18. Nicht die neue, aber die davor mit Allein, Allein und so, ne? Allein, Allein, ja. Genau. Und ähm... Das ist auch schon das zweite, was ich mit dem... Was ich mit ihm gemacht habe. Wir haben irgendwie... Wir haben irgendwie so ein Draht, wir beiden. Also wir sind grundverschieden. Auch grundverschiedene Musiker. Ähm... Aber trotzdem ist es so, dass wir so das mögen, was der andere macht. Und sozusagen tierisch befruchten. Ähm... Ähm... Und total reiben und immer streiten und... Aber es kommt was dabei rum. Und es kommt immer was dabei rum. Und ich glaube, dass so ein Album so rund wird, liegt am Ende eigentlich vor allen Dingen an dem Typen. Weil der dann nochmal rangeht an das, was ich mache. Also das ist dann so der Typ, mit dem ich mich austausche, ne? Also ich bin die ganze Zeit immer nur Einzelgänger. Ich rede mit niemandem. Ich mache gar nichts. Aber irgendwann, wenn das alles fertig ist, die Songs geschrieben, die Texte geschrieben, dann geht es dahin zu gucken, wie will ich das musikalisch machen. Und dafür ist der Typ total wichtig. Also da hat der einfach so ein... Und deswegen hast du vielleicht auch recht so, ne? Zu der Frage davor mit dem Pop und so. Da ist dann glaube ich auch so... Es ist schon eine sehr schlaue Art von Popmusik, wenn es Popmusik ist. Weil der Typ eben einfach auch so gut ist. Also der hat... Das ist schon ziemlich... Hat viel Style, finde ich. Der hat ganz, ganz gute Finger. Gut. Sehr schön. Noch eine zum Schluss, würde ich sagen. Rot oder grün? Na komm. Gut, okay. Wollen wir uns mal nicht so langweilen mit den guten Sachen. Es war doch schlecht rot, ne? Ja, rot ist gemein. Geht nicht ab? Doch, genau. Du stehst zu dir und deinen Fehlern, welche sind das genau? Na, also ich bin schon sehr ungeduldig. Ja? Fehler Nummer eins. Tierisch nervig für mein komplettes Umfeld. Ich bin... Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, aber ich bin sehr genau. Und ich kann mir alles merken. Oh Gott. Ja, das nervt. Du hast vorhin gesagt, dass... So einer bist du. Ja. Oh Gott. Ja. Das ist nervig. Ansonsten glaube ich, dass ich... Dass ich sonst gar nicht so ultra viele andere Fehler habe. Was sagt deine Frau, was wirft ihr dir im Streit vor? Du bist so... Wir streiten uns nie. Hahaha. Echt nicht? Nee. Ehrlich? Oh Gott. Wir haben uns echt... Streit... Ich habe noch nie... Weiß ich nicht. Nee. Also... Ja, ich glaube eben schon, dass ich so... Manchmal so ein bisschen zu genau bin. Vielleicht bin ich manchmal so ein bisschen zu spießig oder so. Ja. Das kam auch mit dem Alter. Aber viele Sachen sehe ich echt entspannt und locker. So viele Fehler habe ich nicht, die ich jetzt hier so sagen könnte. Was ist denn noch so... Aber du hast nur Fehler, die du hier nicht sagen kannst? Ja, sicherlich. Also ein paar Sachen kann man nicht sagen. Also ich kann dir jetzt auch nicht so genau sagen, über was ich mit meiner Frau streite. Also ich streite schon mal. Da bin ich beruhigt. Man muss sich streiten. Das wäre ja schrecklich. Natürlich. Eine harmonische Beziehung geht ja irgendwann unter. Nee, das ist schon klar. Nee, aber so... Weiß ich nicht. Was gibt es da noch so für Fehler? Ähm... Ich habe totale O-Beine. Bist du geritten als Kind? Ja, nee. Ist glaube ich ein genetischer Fehler. Okay. Oder weiß ich nicht. Fußballspielen war das. Ja, ja. Vielleicht war ich früher so der Fan von Pjellet Barski. Okay. Ich habe so ein bisschen Platt, Spreiz und Senkfüße glaube ich. Okay. Muss vielleicht bald mal eine Einlage... Geht glaube ich immer miteinander einher. Ich weiß das nicht. Ja, ich glaube ich habe alle drei. Ich habe da den Bingo. Super. Jackpot gewonnen. Okay, super. Und sonst... Ja, warum steht dann in deiner Bio, du stehst zu deinen Fehlern, wenn du nichts zu erzählen hast über Fehler? Achso, ja. Ähm... Da... Das... Das war glaube ich so das Thema... Welche Bio war das denn schon wieder? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Es ist eine schöne. Es kam noch eine andere, ne? Ja, ich habe jedenfalls verschiedene. Ich fand die auch nicht schlecht, die zweite. Aber, ähm... Ne, ich glaube ein Fehler so... Also, mir wurde ja zum Beispiel zu dem ersten... Beim ersten Bossein wurde mir so angekreidet, hey Mann, das ist dieser total lustige Posterboy von dieser Popband aus Braunschweig. Ich hatte ja vor Bosse schon mal eine Band, so, ne? Ja. Mit 17. Und, ähm... Das wurde mir immer so als Fehler so... Ja. So... Ahja, okay. Das war immer so mein Fehler, sechs Sätzen so, ne? Und für mich war das aber nie ein Fehler, sondern für mich war das... Also, die haben dann immer so getan, als würde ich mich davor verstecken, dass ich mal in dieser Band gespielt habe, so mit 17, ne? Aber für mich war das so der große Start... Ich glaube, das meint so diese Bio. Gut. Ahja, okay. Dass es für mich überhaupt total dazugehört und das war die... Das war die goldene Zeit in meinem Leben, weil da ging das alles so los. Dann musst du diese Frage jetzt doch noch beantworten. Ach so. Die schließt sich nahtlos an diese Ausführungen an. Früher kraftvoller Rock mit... Genau, Hyperchild. Jetzt auf Schmusekurs. Verkauft sich das besser? Naja, guckt mich an. Verkauft sich nicht besser. Ne, verkauft sich nicht besser? Nö, also... Ist egal. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, Hyperchild hat sich... Ich weiß nicht... Die Zahlen kenn ich nicht, ne? Ich kenn ja meine Zahlen immer so ganz gut. Könnte auch ein Fehler sein, dass ich so ein bisschen zahlengeil bin. Also, ich mag gern Zahlen. Ja, okay. Ich guck mir gern Zahlen an. Ergebnisse, Zahlen... Super nervig, weil ich ja eigentlich so ne Mucke mache, ne? Aber manchmal bin ich dann schon, das kommt so durch diese Selbstständigkeit, bin ich schon so ein Zahlentyp geworden. Das muss ich abstellen. Das ist mein Fehler, den ich... Ja, aber ist ja gut zu wissen. Wenn man schlechte Zahlen hat, dann weiß man, dass man nicht vongeben kann. Ja, ja. Schon ne wichtige... Aber es gibt eben auch echt Leute, die sind daran schon kaputt gegangen, ne? Weil die dann eben bei den Amazon-Charts alle 5 Minuten gucken müssen, auf welchen Platz man ist. Das ist ein ganz großer Fehler, weil diese Amazon-Charts, das ist... Eigentlich Humbug. Weil wir haben ja auch ein Buch, ein YouTube-Buch, was da jetzt schon vorbestellt werden kann. Und das ist mal da, mal da, mal da, mal da, mal da, mal da. Das eiert da durch die Gegend. Weil, wenn man hinten ist, jede Bestellung wirkt sich dramatisch aus. Ja, das stimmt. Und das ist total bescheuert. Und das hat auch irgendwas mit tausend anderen... Ignorieren, glaube ich. Also wenn die Schwester bestellt, gehst du beim Buch wahrscheinlich wirklich 30.000 Plätze um. Ja, natürlich. Wenn du irgendwo hinten bist. Machst du dir ein sehr gutes Gefühl, kurz nochmal selber bestellen. Genau. Und wieder in die Top 10.000. Aber, ähm... Was war die Frage nochmal? Verkauf sich das besser. Verkauf sich das besser. Ja, ja. Also verkauf sich das nicht besser. Ja, aber vor allem, also auch Schmusekurs ist ja schon eine grundsätzlich durchwegbeleidigende Frage. Ja, natürlich. Sollte ich auch sagen. Ähm... Ja. Ne, Schmusi ist auch immer nicht so gut zu verkaufen, ne? Ne. Ne. Ich glaube, das was sich wirklich am Ende, ähm... Das was am Ende Leute berührt, ist glaube ich immer eine Ehrlichkeit. Das muss auch nicht immer so schmusi sein und so. Und... Das was Hypersight offenbar hatte, weil das war echt eine grundehrliche Sache. Ich will nicht, ich will jetzt gar nicht dagegen anreden, dass das eine uncoole Sache war. Finde ich irgendwie auch. Also würde ich jetzt auch, wenn ich so eine Band heute sehen würde, würde ich denken, Mensch, 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 Junge, ey, das... Aber dann würde ich auch sagen, na gut, der ist jetzt irgendwie so alt wie Kim Frank damals, als er mit echt angefangen hat. Und wenn man da so in die falschen Kanäle gerät und den falschen Song singt, dann geht's schnell bergab, weil da ist mit der Meinungsbildung ist es eben noch schwierig mit 15, 16, 17. Da hat man noch viel zu lernen einfach. Und das ist ja auch toll. Trotzdem nochmal zum Thema Schmusel kurz. Wie war der Anteil Frauen oder Jungsmädchen bei Hypersight und wie ist er jetzt? Na hochinteressant, weil, ähm... Also sowieso, das Publikum hat sich einfach geändert, ne. Ich kann das Hypersight-Publikum auch gar nicht so richtig beschreiben, weil wir auch nie eine eigene Tour gespielt haben oder so. Wir haben sehr viele Festivals gespielt und vor allem so viele Radio-Festivals. Und da kann man das Publikum gar nicht so richtig fassen, weil da ist dann so von der Familie bis zur Oma, bis zum Studenten ist dann auch alles da. Aber, ähm... Das, was sich heute geändert hat, ist glaube ich schon, dass mein Publikum... Der Schnitt bei den Konzerten, wir haben da beim letzten Ton mal so ein bisschen geguckt, ist so von 25, äh, original bis 65. Weil, ähm, so Radio sind ja in Berlin so ein Radio 1, hören wirklich Leute, die auch ein bisschen älter sind, aber einen guten Musikgeschmack haben. Und bei so einem Potsdam-Konzert hast du das eben genau so. Also da ist eben der Vater, der ist dann so Lehrer und der Sohn, der studiert grad Lehrer und die beiden sind so zusammen da und gucken sich das an und finden das gut. Und 50-50 ist es zwischen Männern und Frauen. Echt? Ja. Hättest du das erwartet? Weil ich hab festgestellt, das ist so ein typisches Männeralbum dein Album. Also, oder nicht Männeralbum, weil die Texte sind so gut. Männer hören ja keine Texte. Und ich denk immer bei deinen Stücken, boah, guter Text, guter Text, guter Text. Ja, vielen Dank. Und dann, wenn ich aber den Stück, wenn es vorbei ist, weiß ich, hör mal, warte, 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 wie, warte war das nochmal? Deswegen hab ich mir extra die Texte nochmal schicken lassen. Ja, ja, verstehe. Weil Männer können ja die Texte irgendwie mit den Texten nicht. Ja, ja. Und das ist so ein typisches Textalbum, wo man die Texte eben so gut sind, dass ein Mann sie sich nicht merken kann. Ach, verstehe. Aber Frauen, das ist ja genau umgekehrt. Aber ich hab schon, also so die emotionalsten Reaktionen auf meine Texte kommen wirklich von Männern. Scheiße, ist das wahr? Zum Bleistift. Also die sind dann so, aber ich krieg auch echt ne Menge Mails und so. Und das sind oft Typen. Also sowas wie, hier, Alter, ich will jetzt irgendwie, ich glaub ich mach meiner Braut einen Heiratsantrag und so. Und das hat jetzt nicht so wenig auch mit deinem Song XY zu tun. Und vielen Dank nochmal und du hast mir so ein bisschen emotional die Augen geöffnet und so. Und da fehlt das, also das sind dann oft die Männer, die sich dann plötzlich so öffnen. Aber auch natürlich dann wahrscheinlich mit einer falschen E-Mail-Adresse. Okay, trotzdem wünsche ich dir, dass du noch viele Männer öffnest. Ich danke dir. Vielen Dank.